Dieses Koordinatensystem, etwas ungewöhnlich angeordnet mit Koordinatenschnittpunkt im Scheitel, nennt der Harmonika Lampdoma in Anlehnung an die optische äußere Ähnlichkeit zum griechischen Buchstaben Lambda. Das Lampdoma ist die harmonikale Grundfigur schlechthin, aus der sich alle weiteren Figuren ableiten lassen. Das Lampdoma hat seinen rationalen Ausgangspunkt in dem Wert 1 zu 1. Er entspricht der Spitze dieser Figur. Dies ist in Bezug auf die Obertonreihe der Grundton. Jeder einzelne Schnittpunkt des Systems ist Zahl und Wert zugleich. Was ich damit meine, möchte ich an einem Beispiel verdeutlichen. Die Zahl 3 zu 3 ist in ihrem äußeren Erscheinungsbild zum Beispiel etwas völlig anderes als die Zahl 1 zu 1. Ihrem Wert nach aber sind beide identisch. Ein Schäferhund ist ja auch äußerlich etwas völlig anderes als ein Dackel. Beides aber sind selbstverständlich Hunde. Ihnen liegt dieselbe Idee, dieselbe Wesenhaftigkeit zugrunde. Jedem Punkt im Koordinatennetz ist ein x- und ein y-Wert zugeordnet, sozusagen ein linker und ein rechter Wert. Durch diese Darstellungsweise ist auch der Ausgangspunkt mit 1 zu 1 bezeichnet, anstatt nur mit 1, was zunächst naheliegender anmutet. Durch diese Schreibweise wird das Entwicklungsprinzip des Diagramms deutlicher. Dieser Punkt entspricht im musikalischen Sinne dem Grundton. Von diesem Punkt aus laufen flankierend links und rechts abwärts die beiden Primärachsen ins Unendliche und mit ihnen alle weiteren Schnittpunkte, die sich aus den Primärachsen ergeben. So bekommen wir mit dem Lamdoma eine regelrecht kristalline Struktur. Ich habe diesen Begriff der Primärachsen gewählt, da ihnen die Zahl 1 von Lateinisch primus fortwährender Bestandteil ist. Sie steht entweder im Zähler oder im Nenner jedes Buchs. In der rechten Primärachse ergeben sich Zahlenwerte, die komplett größer sind als 1, 1 also im Nenner, wie 2 Ganze, 3 Ganze, 4 Ganze und so weiter. In der linken Primärachse ergeben sich Zahlenwerte, die kleiner sind als 1, 1 im Zähler, also 1 Halb, 1 Drittel, 1 Viertel. Deutlich sichtbar ist in der Mittelsenkrechten vom Punkt 1, 1 aus die sogenannte Zeugertonlinie, deren Schnittpunkte gekürzt ihrem Wert nach immer alle gleich 1 sind. 2 Halbe ist dasselbe wie 1, 3 Drittel ebenfalls. Die Zeugertonlinie teilt das Lamdoma also optisch in zwei Hälften. Es spiegelt sich sozusagen an dieser Achse. In der linken Hälfte sind alle Zahlwerte zwischen 0 und 1, in der rechten Hälfte zwischen 1 und unendlich. Praktisch gesehen werden in der linken Hälfte aus einem ganzen Apfel unendlich viele kleine Stücke gemacht und in der rechten Hälfte wird er bis zu einem Riesenapfelberg vervielfacht. So ist in ein und demselben Diagramm sowohl das unendlich kleine als auch das unendlich große angelegt. Nach links hin haben wir alles unendlich klein, nach rechts hin unendlich groß. Der ungewöhnliche Begriff Zeugertonlinie lässt ein erstes Geheimnis deutlich werden. Der Begriff Zeuger kann als schaffendes Prinzip gedeutet werden, aus dem sich alles andere ableitet und entwickelt. Also eine unveränderliche statische Komponente, im religiösen Sinne ein göttliches Prinzip mit dem stets gleichbleibenden Wert 1, der alles andere beinhaltet und aus sich entwickelt. Die Zeugertonlinie als kontinuierliche Präsenz der Gottheit in der Schöpfung. Nur in ihrer äußeren Erscheinung unterschiedlich. Ob sie nun 5 zu 5 heißt oder 100 zu 100, dem inneren Wert nach aber identisch und unveränderlich. Immer das oder der eine. Ein mystisches Faszinosum. Diese Art des analogen Denkens, der Gleichnishaftigkeit in den äußeren Erscheinungen, einer sinnenhaften und zugleich mathematischen Erkenntnis ist der harmonikalen Forschung durchweg eigen. Dieses Erfassen von einfachsten Zusammenhängen ist nicht einfach nur ein wissenschaftlich verstandesmäßiges Erschließen der Wirklichkeit, sondern gleichzeitig eine sinnenhaft seelische Erkenntnis. Diese Komponente unterscheidet die Harmonik ganz grundsätzlich von allen anderen Wissenschaften. Sie besticht zudem in der Einfachheit ihrer Mittel. Betrachten wir noch einmal die beiden Primärachsen, wird ein wichtiges mathematisches und zugleich musikalisch-akustisches Prinzip deutlich, die Reziprozität, also die spiegelbildliche Umkehrung der Brüche. Was rechts im Zähler steht, steht links im Nenner und umgekehrt. Um dies zu verdeutlichen, stellen wir uns noch einmal die Seite eines Musikinstruments vor. Wir nehmen an, dass sie die Länge von einem Meter hat und bei dieser Länge den Ton Groß C abgibt. Groß C ist dann entsprechend ihr Grundton. Er entspricht einer Frequenz von 65 Hertz und wird in diesem Beispiel entsprechend als Grundeinheit angenommen. Beide Aspekte liegen der Spitze der Figur bereits begründet in der 1 zu 1. Ein Meter entspricht 65 Hertz, also 1 zu 1. Nehmen wir weiterhin an, wir teilen die Seite und stellen diese räumliche Teilung mit der linken Primärachse dar. Also teilen wir erst in der Hälfte, 1 zu 2, dann in einem Drittel, 1 zu 3, in einem Viertel, 1 zu 4 und so weiter. Wenn wir so vorgehen, können wir auf selber Höhe auf der rechten Primärachse exakt die Frequenz des Tones ablegen. Bei halbierter Seite, also beim Verhältnis 1,5, schwingt sie doppelt so schnell im Frequenzverhältnis 2 zu 1, also 2 mal 65 Hertz und klingt damit eine Oktave höher als der Grundton. Dritteln wir die Seite bei 1 zu 3, bekommen wir mit dem Frequenzverhältnis 3 zu 1 auf der rechten Primärachse 3 mal 65 Hertz, also 195 Hertz, eine Quinte. Diese Folge entspricht exakt der Obertonreihe. Je kürzer also die Seite, desto höher die Frequenz. Dies soll bis hierher erst einmal genügen. Im nächsten Film gehen wir den Geheimnissen des Lamm-Domas weiter auf den Grund und jeder Zuhöger mögert sich diese Figur nachzeichnen und über ihr meditieren, denn es gilt unnennbar viele weitere Erkenntnisse selbst zu gewinnen, erst dann dringt das Gehörte tiefer ins Herz und öffnet das innere Ohr. Es geht eben nicht nur um den Verstand, sondern ebenso um das Herz. Geom 인터� Ogs 6